Hallo Leute! Willkommen zu einem weiteren Part von Madagaskar! Ja, wir haben schon 8% Und joa Wir sind bei Mission Zum Ausbruch Ja Zum Geburtstag fehlglück, du bist unser bestes Stück Siehst aus wie ein Affe Aber nur auf den ersten Blick Ich nett von ihnen Und was wünschst du dir? Ich wünsche ich Könnte in die Wildnis gehen Was? Bist du verrückt? In Connecticut soll es noch Unbebautes Land geben Aber um dahin zu kommen Musst du zur Grand Central Station Und das ist nicht einfach Marty Marty sagt Grand Central was? Okay Einfach dran denken was die Pinguine Gesagt haben Den Kopf unten halten Und in Deck bleiben Und schön Und schon bin ich draußen Ja und schön bin ich draußen Ja ich weiß Bla 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 Ja Perd �니 Hust Ich ziehe nicht dieできöster Wieso? Und dich den Menschen Vorbeich zu schleichen Nein, nein. Ich liebe euch. Das ist jetzt ein bisschen schwer Da werden wir mindestens einmal entdeckt Aber auch nur einmal Oh, ein bisschen drüben Okay Ach, scheiße Ja, okay, scheiße Das ist jetzt echt scheiße Mich zweimal zu Mich zweimal erwischen zu lassen Joa, diesmal nicht wegen dem Werther Ach, egal Oh scheiße, naja egal Wir sind auf jeden Fall drüben und Ja Das ist nun egal, ob wir bespielen oder nicht Ja, er sieht mich nicht, obwohl ich ganz hinter dem bin Aber egal Da oben, wo der Polizist ist, also der Wärter besser gesagt Nein, Polizist, Wärter Hey Na ja, wenn wir noch einmal erwischt werden, dann haben wir Arschkater Und ja, ich habe gerade ein Missgebot Der Wärter soll nicht gleich kommen, also ich überstürze nichts, kein Risiko Ich gehe jetzt nicht dahin Oder doch Doch egal Und ja, wir haben es geschafft Geschafft, jetzt ab in die Wildnis von Connecticard Und morgen früh wieder zurück Niemand wird merken, dass ich weg bin Und ja Vielleicht war das Video kurz Naja, das war schon von meinem Part Und ich verabschiede mich Und bis zum nächsten Mal Euer German Let's Plays